Überraschender Auftritt von Yvonne Wölke und Peter Klein. Zu einem Event erschienen die beiden jetzt gemeinsam und posierten Arm in Arm auf dem Red Carpet. Seit Januar brodelt die Gerüchteküche rund um Peter Klein, 56, und Yvonne Wölke, 41. Iris Klein behauptete damals während der laufenden Dschungelcamp-Staffel, dass ihr Mann sie in Australien mit der Blondine betrogen hätte. Beide wiesen diese Anschuldigungen stets von sich und betonten immer wieder, nur Freunde zu sein, und das, obwohl der 56-Jährige kurze Zeit später zugab, sich in Yvonne verliebt zu haben. Trotz gemeinsamer TV-Show auf RTL sind die beiden aber, zumindest offiziell, kein Paar. Die 41-Jährige urlaubte noch vor wenigen Wochen zusammen mit ihrem Mann in Österreich. Doch der neueste gemeinsame Auftritt von Yvonne und Peter spricht nun Wände. Offenbar waren Yvonne Wölke und Peter Klein jetzt nämlich gemeinsam auf gleich zwei Events. In ihrer Story teilte die Blondine einige Aufnahmen, die sie und den 56-Jährigen zusammen auf dem Red Carpet zeigten, und zwar dicht beieinander und Arm in Arm. Außerdem besuchten die beiden die Halloween-Party von Denise Merten, 33, ebenfalls gemeinsam. Zufall oder läuft möglicherweise nun doch mehr zwischen den beiden? Am 20. November zieht Peter bei Promi Big Brother ein. In einem ersten Interview mit Sat. Eins kam er dabei auch auf Yvonne zu sprechen und betonte, dass er sie während der Zeit in der Promi-WG sehr vermissen werde, da die beiden sonst nahezu täglich telefonieren würden. Und wer weiß, vielleicht bringt der 56-Jährige ja in der Realie-Show endlich Licht ins Dunkle, was wirklich zwischen ihm und Yvonne Wölke läuft. Und zwar есть результатiver Oberfluciones, wo generell ich Exped焦 쓰igen soll. Dringlich själv, dass wir einfach auf histern und auf B בע fusel gemacht werden. Und dann kann es, glaube ich, dass hier, bis zum nächsten Mal auf dem Radius. Vielen Dank.